Die einen können den Regen spüren und die anderen, die werden eben einfach nur nass, würde ich sagen. Definitiv. Schöne bunte Schirme sehe ich jetzt hier gerade aufploppen, das sieht auch wunderschön aus von mir aus. Okay, der Bernd wird jetzt auftreten. Hallo, hallo, bin ich zu hören über das Mikro? Ich gebe dir mal das Mikro. Boah, Sturm, ihr seid alle noch da, nicht wegwehen bitte, ja? Festhalten, gern auch tanzen. Bin ich zu hören über das Mikro? Bernd. Dann kommt dein Ton. Gut. Achso, über dein Mikro. Du hast über dein Mikro. Der Ton ist da, wir hören mal ganz kurz, wie das mit der Gitarre klingt.